Glückwunsch! Mädels, geile Sache! Mädels, herzlichen Glückwunsch zum Europameisterschaftstitel! Danke schön! Tina, ich weiß nicht, ob du in Erinnerung hast, aber ich habe recherchiert und gesehen, dass ihr 2012 auf Europameisterin über 200 Meter geworden seid. Ist das ein gutes Omen? Das hoffe ich doch. Also ich weiß es auch noch, dass es 2012 das letzte Mal war, dass wir über 200 Meter Europameister geworden sind. Und ich hoffe doch, dass wir das von 2012 einfach wieder mitnehmen können für dieses Jahr. Und Franzi, zum Rennen selber, also vom Rand aus sah das mega gigantisch aus. Wie hat es sich denn angefühlt innen drin? Ja, also ich muss sagen, mit dem Anfang war ich nicht so zufrieden. Die ersten Schläge haben nicht so gesetzt, das können wir eigentlich besser. Noch besser. Ja. Und ab dem vierten Schlag oder so war sofort richtig Rhythmus und Länge drin. Da habe ich auch gemerkt, wie das wirklich abgegangen ist. Und ja, ab dann hat es halt einfach super viel Spaß gemacht gehabt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir es wirklich bis zum Ende gut gestanden haben. Ja, dann nehmt ihr das super Gefühl mit und ich freue mich auf Rio mit euch. Wir auch. Danke schön. Tschüss. ! Also. Vielen Dank.